Ja hallo, das ist unser traditionelles Tamom verbrennen hier, bei Kleinen, viele Leute da, ich glaube den Leuten gefällt es, uns gefällt es, wir machen das ja jedes Jahr mittlerweile, Glühwein, Bratwurst, Bier, Kurze, schöne Musik und natürlich ein tolles Feuer, heißen Sie? Und vor allen Dingen vier Puppetuppen, genau so ist es sehr gut angeneinander von den Kleinen hier, wie jedes Jahr, wir machen das jetzt schon das sechste, siebte Jahr, ja das sechste oder siebte Jahr genau Und die haben dann sehr gut gesucht, die Leute gefällt uns gefällt es auch Ja 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 Musik 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 Das ist Jana. Ja, ich soll sagen, das ist nicht so. Ich freu jetzt auf. Ich freu jetzt auf. Ich freu jetzt auf. Wir waren ganz normal. Ich freu jetzt auf. Ich freu jetzt auf. Genau das gleiche ist, was du wie ich. Ich als Frau und er als Mann. Ich freu jetzt auf. Ja, ganz normal. Danke. Ich freu jetzt auf. Ich freu jetzt auf. Ach, sie streiten sich noch. Wer bezahlt? Nein, nichts. Das macht er. Das ist wieder weg. Wuhuuu. 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 Oh, das ist ein Hund. Oh, das ist ein Hund. 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 Alles lang halt nicht. Ganz genau. Das ist eine Viertel. Das ist noch eine Höhe. Das ist ein Hund. Das ist noch nicht einmal. Das ist ein Hund. Genau das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Ja, das ist so schön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.